Jungs, komm her! Komm her! Wer ist denn Halv? Jetzt geht's los. Das ist Marcel. Halv? Halv, ja. Oh, ey, Marcel, ich sag dir, die Wörter sind auch schwerer geworden, ist das krass? Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Zigarettenpackung! Auch nicht. Oha, aber nice try. Oha, oha, oha! Ist ja klar, was das ist, aber... Um was geht's hier denn genau? Es geht doch um dieses Kabel. Jaja, ja, ja. Jungs. Ja! Sascha vor mir, kotzt mich an! Sascha abituriert. Es ist so einfach, Jungs, es ist so einfach. Ey, aber weißt du, was verwirrend ist? Marcel, die Pfeile sind verwirrend. Die Pfeile sind verwirrend. Ladegerät! Ladegerät! Oha, oha, oha! Oha, oha! Was? Jawoll! Bam! Den zwei, wir schlau sind, wir zwei. Weil wir intelligent sind. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hab's raus. Aber guck mal, mein erster Guest war noch nicht ganz so weit weg. Was soll das sein? Oha, Duchi ist aber so schwer, Alter. Duchi überhaupt... Es ist... Es war wirklich schwer. Erdkunde hab ich immer gefehlt, Hacker. Oh mein Gott, jetzt hab ich's. Es kann... Wenn du die Buchstaben oben siehst... Wenn du oben das Wort siehst, kann's nur eins sein. Bruder, nein, Bruder, bin ich ganz schlecht, Sonne. Ey, ich... Steh da... China, ja, Bruder. Geil, Alter. Ich kenn die Flaggen überhaupt nicht, Bruder. Nicht schlimm, schlimm. Heute mal Chance zu gewinnen. Ich seh dich eigentlich da noch mal. Oha. Oha, oha, oha. 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 Bam! Ey, zu langsam, zu langsam. Ich war auch zu langsam, Mann. Let's go, Jungs. Krass, oh, ich bin dran. Oh, verdammte Scheiße, Alter. Okay, bin am Arsch. Let's go. Let's go. Eigentlich schon fertig, Blatt. Was? Was? Äh. 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 Hä? Ich hab's. Oh mein Gott. Wer weiß ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 1A jetzt. Äh, ey, was soll? Wieso nicht das malen? So schlecht. Nein, 1A. Wieso? Oh mein Gott. Was ist das denn? Ja, besser kann ich nicht. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt ganz eklig. Oh oh. Gib mir eklig, Blatt hinten rein, komm. Oh, wie nennt man das? Oh. Oha. Gut gezeichnet. Hä, wie nennt man das? Oha. Hä? 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 Ja, okay. Was? Let's go. Wie heißt das denn? Na ja, okay. Oder was soll das in der Hand sein? Dafür musste man aber auch den Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, wenn man einen Führerschein macht. Hä? Okay. Das ist superschwer. Ja, ich konnte es echt nicht anders zeigen. Also wenn es jemand hier von uns am besten kennenlernen, glaub Marcel. Äh, ich komm nicht drauf. Ich komm nicht drauf. Blindenführer, Blindenhund. Schlagen? Ja. Ja. Erste-Hilfe-Kurs? Ey, da warst du ein Brero als zweites Wort und dann noch ein Venus. Hä? Aber ich denk die Augen, der ist blind. Mal doch einfach ein Boxhandschuhl. Mal doch blaues Auge. Ja, genau. Ich denk, der ist die ganze Zeit blind. Ein Blinder führt jemanden, ein anderer führt ihn. Sascha mal. Das kann nichts werden, Jungs. Das sind die schlimmsten Zeichnungen. Ja, schon zu Ende die Runde. Paparazzi. Ja! Was? Boah! Boah! Boah, das gibt's nicht, Alter. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's nicht. Ich hab so reingeraten, Alter. Das gibt's nicht. Aber man kann's halt auch... Boah, ist krass. Ja, mehr geht nicht. Wie willst du es sonst machen? Ja, doch. Doch, Sascha. Genauer, genauer. Kannst du sie malen. Boah, was? Ich häng, ich häng. Was willst du noch als Tipp machen? Mehr geht nicht. Ja, der Kopf ist bei dem rechten Kleiner. Ja. Ja, nach uns. Willinge. Okay, Marcel ist dran. Ja! Jens auf der Eins, wie kann das sein, Alter? Er hat so viel trainiert. Nee, ich hab nur mit Sascha letztes Mal gespielt, sonst seit Jahren nicht. Letztes Mal mit Marcel, vor zwei Jahren. Okay, gön. Oha, mit Dünne zeichnet er. Oha. Oh. Was? Wie kann man das wissen, Sascha? Willst du mich verarschen? Ja. Ey, Sascha, wie kann man das wissen? Ja. Hä? Ey, Sascha, wie kann man das wissen? Oh mein Gott. Kann man wissen jetzt, ja. Oh mein Gott. Hä? Ne? Oh. Ey, Mann. Oh mein Gott. Sascha! Ey. Du hast verarscht. Du kannst nicht das von Anfang an wissen. Ich kann es wissen, weil ich wusste, dass da noch was kommt. Ich seh doch oben, dass es für schweinig reicht. Oh mein Gott, Alter. Sparschwein. Sparschwein. Oh mein Gott. Ich muss auch sagen, ich hab auch Mondes einen Stream links offen, sieht es hübsch aus. Ey. Wenn du den Stream offen hast. Aber Spaß. Oh mein Gott. Selbstverständlich, Digger. Ja, okay, okay. Ey, keiner guckt. Stimmt, ich hab das von Stream-Einladung angenommen. Okay, okay, okay. Siegeldach ist es schon mal nicht. Auspart. Ist ordentlich auf den Baumeister. Oha, oha, oha. Oh, okay. Ich glaube, jetzt kommt das Essentielle. Ja, es ist ein Konstrukt. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist das denn? Äh. Hä? 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 Oh mein Gott. Ist das normal, Digger. Äh. Gabelstaffel aber. Nee, nee, ist zu lang. Gabelstaffel ist zu lang dafür. Äh. Auch Gabelstaffel. Ja, das ist richtig an sich, aber es ist halt ein, ein Gesamt. Hallo. Ah. Nee. Hä? Bauhaus. Ah, ich aue, ich aue. Holzhaus. Lagerhaus. Lagerhalle, ich hab Lagerhalle. Oh mein Gott. Ich hab Lagerhalle gespielt. Ja, ich aue. Oh, Lagerhaus. Ansonsten hätte ich Dexter zeichnen können. Lagerhaus ist gar nicht so. Nein. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ey, Dutschi, was waren dann die anderen beiden Wörter? Übel wahrscheinlich. Äh, Dexter und Lexikon, glaube ich. Okay, bis bei, okay. Lexikon wäre doch einfach gewesen. Wie denn? Wie? Keine Ahnung. Besser als Lagerhaus, der da. Oha, oha. Oha, oha. Äh. Mann! So, ich hab, oh Mann! Äh. Oh Mann! Hä? Oh Mann, Sascha! Ja, Bruder, aber wie wird das geschrieben, Mann? Nein, Jens. Wie wird das geschrieben? Was, welches Wort suchst du? Marcel, du hast Bizeps gesucht, oder was? Einfach stark! Das war Bruder stark. Ich hab an Bizeps, Trizeps die ganze Zeit gedacht. Oha, ich bin dran. Oh. Oh, bis jetzt, Alter. Ich weiß nicht genau, wie die geht. Okay, es kann sein, keine Garantie für Echtheit. Ja, ja, ja. Oh, ne, wir nicht wieder eine Flagge, Digga. Ähm. Äh. Let's go! Ja. Ja, okay, man muss jetzt... Eine Ahnung, wie die geht, sagt er. Boah! Ja, Alter, ich weiß nicht, ob die Farben richtig sind. Richtig rum, weißt du? Boah, krass, Alter. Hat auch Marcel gewusst, Italien. Ja! Italien sollte man auch kennen, Digga. Ja, wär auch schon. Das kann nur die Zahn-OP sein, Alter. Das wär gut, hä? Ja. Ja, zu langsam. Keiner macht einen Clip von der Scheiße, Alter. Ja, Lückenzahn. Ich schreib Lückenzahn zuerst. So dumm muss man erstmal sein, ey. Ähm. Okay, Sascha. Ich bin einfach. Okay, Sascha. Oh, Mann, so slow! Yes, Baby, yes! Oha. Scheiße! Oh mein Gott, ich nehm das falsche Wort. Oha, wie gut der Hai gemalt wurde, ey, krass. Ja, ja, find ich auch brutal, Alter. Wie im Flugzeug brutal. Nein, 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 nein. Okay, Marcel malt. Marcel. Schwer bestimmt, schwer. Oha, oha, oha. Verdammte Scheiße, Sascha, ich schloss mir! Ich bin so ein Rentner beim Tippen geworden, das ist unglaublich. Was soll das? Sascha Platz 1, der kotzt mich an, dieser Abiturient. Ey, was ist das denn für eine halbe... Lass doch einmal wirklich die Dummen auch mal gewinnen, Sascha, jetzt komm! Er nimmt so ein langes Wort. Ja, was soll ich machen? Okay. Ähm. Oh, 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 oh. Oh nein, oh, weiß ich nicht, wie das heißt, oder? Ich weiß nicht, wie das heißt, oder? Ich weiß nicht, wie das heißt. Oha, wie heißt denn das? Stark, stark, Marcel, stark. Ich weiß nicht, wie das heißt. Oh mein Gott. Man. Ich weiß es nicht. Schade, Jens. Patronenhülse, weiß ich nicht. Ich habe es nicht mit Waffen, ich habe es mit Frauen. So, ich mache es am besten. Bam. Sascha. Oha. Okay, okay. Das ist der Wassereimer aus Minecraft. Oha, verdammte Scheiße. Die Farben sagen mir was, die Farben sagen mir was. Das sind Menstruationsblut. Ne. Hä? Oha. Wie kann man das denn jetzt schon wissen, Digga? Weil es gut gezeichnet ist. Jens. Jens hat geleakt. Ja. Was hab ich? Ich habe nichts geleakt. Ich habe nichts geleakt, Alter. Oh, das ist dein, Alter. Wie kannst du das wissen, Digga, gegen das Speck? Das ist... Frag ich mich jetzt auch. Ja, ich weiß es nicht. Gut gezeichnet, keine Ahnung. Und ein bisschen geraten. Marmelade. Marmelade. Marmelade, Bruder. Also wirklich. War man Marmelade so stark? Was soll ich denn da mal? Aber kann ja wieder gerne liegen, oder? Oh, also Bruder. Wie King Dutch schmeckt das? Wusstest du, Bruder? Das ist doch Cheater. Nein, wie soll ich denn Cheaten? Marmelade sind jetzt immer so gut. Ja. Stark. Abgas. Ich hätte beim Marmelade auch eine Erdbeere meinen können. Ja, schon bei einer Erdbeere. Ja, ich hätte eine Erdbeere meinen sollen. Ne, ne, da kommt ihr nicht drauf, Spendi. Vergiss es. Was, da kommt ihr nicht drauf? Da kommt jeder drauf. Ne, ich komme nicht drauf. Das machen wir alles. Das kommt gleich nicht drauf. Bro, das musst du schon regelmäßig spielen, dass du da drauf kommst. Was? Dass es fahren sein soll, das wissen die doch nicht. Fahren. Heute ist aber auch ganz schlimm, sag ich so. Wie ist das, Alter? Diese simplen Worte, Bruder. Ja, das ist... Okay, das ist leicht. Oh mein Gott, nein. Zu langsam, Sascha! 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 Sascha, hast du zehn Fingertasten kurz gemacht, oder was? Ey. Ja, 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 ja. Ey, wir sind einfach nur zu alt. Ey, das gibt's nicht. Sascha ist nicht normal mit der Tastatur die Tippnudel. Jetzt auf einmal bin ich Platz vier runtergerückt. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, wer malt? Sascha. Gott sei Dank. Hä, Ballon? Nicht? Was? Okay. Was? Was? Das ist ein bisschen daneben. Das ist nicht gut getroffen. Hä, was? Warte mal. Ja! Da muss man wirklich... Oh mein Gott. Da muss man wirklich belesen sein dafür. Muss man echt sagen. Da muss man echt belesen sein. Das ist ein bisschen lost hier. Ey, Sascha, was ist denn das? Oh mein Gott. Ey, Sascha, was ist denn das? Ey, Sascha, was ist denn das? Oh mein Gott. Ey, Sascha, was ist denn das? Ich weiß denn noch nicht. Weil der Stift zu dick war. So, der Stift war für dich. Ich weiß nicht. Nein, ist nicht schlecht gemalt, aber... Kobra! 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 Ja, das ist eine Kobra. Das ist keine Kobra. Marcel malt. Oh ja, Baby. Spaß komplett, Bruder. Marcel, dir mal ein Doppelwort. Was schweres. Komm, trau dich. Komm, Junge, komm. Oha, oha. Das ist doch eigentlich relativ easy, Lega. Oha. Die Farbe ist so schön. Oha. Oha. Hey, Spendi! Yes! Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. So reingechokt. Scheiße. Oh Gott. Ja, das geht, das geht. Oh mein Gott. BAM! Was? Ey, Sascha, wie kannst du schneller sein? Ich schwöre, ich lösche dich bei den Whatsapps. Die ändern den Scheiß da nochmal. Liegt bei Nico daheim. Oh mein Gott. Oh, Yushi. Yushi, fast! Yushi, fast! Ja! Ja! Yushi! Komm, Marcel, komm! Probier! Boah! Yushi! Yushi! Zylinder! Zylinder! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Zylinder! Der ist ja ausgedacht! Zylinder! Zylinder! Das ist so ein Schmutzwort. So, jetzt kommt ein Wort, womit Sascha sich gut auskennt. Okay. Mit Scheiße, Alter. Ist es nicht. Schade. Hä? Zylinder, Rette, Zigarre, alles falsch. Äh... Na klar, na klar. Es ist übergut gezeichnet. Ja gut, ja. Was? Das ist so einfach. Also ehrlich, Jungs. Jens, Marcel, Spendi, Spendi, oh ihr drei. Ach so. Oh, du hast falsch geschrieben. Jungs, hier Bic, genau, mit G. Das ist aber auch so schlecht Ich bin dran, Jungs, Ruhe Du hättest es auch nicht gewusst Hätte er dir das nicht gesagt Hä, hat mir nicht gesagt Er hat gesagt, kennt sich Sascha mit aus Ja, ich hätte es auch gewusst, er hätte es nicht gesagt Das war doch klar Fertig Stark Stabil gemacht Schreiben ist cheaten, ist so, ja Okay Baby, dieses Spiel macht einen wieder verrückt Also mehr kann ich eigentlich echt nicht machen Ähm Hä? Ich kann echt nicht Also anders weiß ich nicht, wie man das machen soll Warte, ich kann vielleicht noch Wegschreiben Ey Marcel, woher war Ey Marcel, woher Ach, natürlich weiß Marcel das Natürlich weiß Marcel das Natürlich weiß er das Ich weiß nicht Dem Bruder geht es nämlich gut Bankrott? Wie viel? Wie viel hast du bezahlt? 80,1 Millionen Bargeld Hab ich nicht Oh, oh ja 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 Gib Tipp, gib Tipp Nein Ja ja, das ist der eine von den Turtles Alter Oder? Was? Rote Augen Ja, aber rote Augen mit T am Ende Was soll das denn sein? Ja Ja, Jungs Ich darf jetzt nicht reden, aber Hä? Ich weiß es Oh mein Gott Hä? Ich hab's Ist gut gezeichnet Und mit den zwei Wörtern, äh, zwei Buchstaben oben Oh mein Gott F11? Ist doch klar Ey, können die mal rausgehen? Ja, schmeiß die raus Ja, kann sein Man hat oben Oh verdammte Scheiße, Alter Oha Oh mein Gott Scheiße Kannst du das schon wissen, Digga? Ja, kann man wissen, Digga Nein Kann man echt wissen Das Rot Schon fertig, Alter, eigentlich Hä? Wie, wie fertig? Fertig, fertig Hä? Hier gibt's noch sowas Hä? Ey, mal den Dark Mode, Bro Fertig, Alter Fertig Willst du mich verarschen, Alter? Ich hab' ich vergessen, Sascha Willst du mich verarschen? Jungs, das kennt doch jeder von euch, was das ist, oder? Nein Ähm, äh, wie, äh, wie, äh Was? Ja, das kommt ja doch nicht Dark Mode, Eddon Dass du kaum was siehst Digga, man, man schreibt rein Feuerwehrwagen Und es kommt nicht Aber was? Wieso? Seht ihr nicht die Farben, oder was? Jens, das ist so kacke, dass du im Dark Mode bist Ich erkenne gar nichts Was erkennst du nicht? Aber ich hab bei mir was farbig Nee, wenn du mit Wenn du mit dem Weiß malst Bei uns ist es ja Weiß Oh nein, Alter Oh nein, warum? Dutschi, was kann ich machen? Ja, wir müssen ein Dark Greener wahrscheinlich für die Seite Pausieren BOMB! OI! Hä? Was soll das denn sein? Ja? Naja Naja, war top Also, das Beste kann ich jetzt nicht machen, Digga Big Ben, Digga Ich mach das nebenbei gleich was Na, alles gut, alles gut Big Ben noch nie gehört? Das war vor allem immer der Big Ben, das war das London Eye Was soll ich denn da machen? Bro, das ist aber nicht der Big Ben, Alter Was da ist Ja Ich hab gute Laune, habt ihr gute Laune? Natürlich, voll Mega Mega Oha, Oha, Oha Oha, Untergrundbeleuchtung Oha Oha, Oha, Oha Ähm, wie nennt man das? Oha, Unterboden Normal Oha 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 Wie nennt sich das? Ich war schon mal in der Werkstatt-Chat Wie nennt sich das, Alter? Wie nennt sich das? Oh mein Gott, ich weiß es auch Oha, aber schon schlecht gezeichnet, ne? Ey, schwer! Da muss man erstmal drauf kommen Ehhh Ey, hallo? Ey, schwer! 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 Wie nennt man das? Hab ich nämlich auch Ja, ist ja ein schweres Wort Alter Ich komm, ich kenn das Wort Die Farbe ist kritisch Sonst ist cool Die Farbe ist scheiße, ja Die Farbe ist scheiße, muss man ehrlich sagen Es geht nicht um die Farbe Wie heißt dieser Schwanz da hinten? Na, überleg doch mal wie der heißt So ein Kringel Mit IE Mit IE Green Girl Scheiße Das ist ein schweres Wort, man Das ist ein schweres Wort Riegel-Schwanz 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 Whoa Oh mein Gott Bruder, ist euer Ernst? Was Ohloll Ich dachte, da kommt doch was Sascha, wo bi ich? Oh mein Gott, wo ich bin? Ohohohoho Oh Gott, oh Gott, ist es schwer? Ja Gauke Oh verdammte Scheiße! Jetzt geht er ins Detail rein oh verdammte scheiße ich muss leider nein das da doch 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 das gehört dazu ja kann man gar nicht lesen aber ist das okay oh mein gott ja das gehört dazu ich kann es gar nicht lesen digga was steht da oder sascha was soll das oben sein oh man sascha ist bei uns oben nicht der kobra aus dem korb drauf oder flugzeug ja aber farben gut farben gut farben gut ja farben gut aber das sascha oben das symbol beste die deutsche passt an oder schreien schreiben ist echt schmutz der gar nicht schau mal marcel marcel schau mal dann schreibt doch gleich reisepass bruder das ist so dumm das ist so dumm dass du dich da brauchst du dich nicht beschweren das auf dem reisepass ist es drauf das ist fakt okay ja wohl okay alles seht ihr meine zeichnung auf dem fahrer auf dem fahrer das ist dann wohl das nächste mal reisepass und mal nur ein flugzeug fertig ich glaube wir sehen was ein wort altglas container ja das stimmt ja oder das wäre aber schwer aber scheinlich wäre echt witzig ich kann ich keine tipps gemacht wie soll ich malen digga was ist es hallo ich kann es mal wie ich soll es mal ein spendy was denn was soll das sein ja überlegt doch mal warum ist das rund daran denkt einfach daran was ihr zweimal im körper hat ja richtig das zweimal hat mich gerettet danke zweimal im körper das ist weiter unten am bauch das sind zwei riesenketten die wörter sind aber auch krank was hast du zu also bruder was soll ich ich bin fertig das war's schon ohit ohit ja wahrscheinlich digga was hab ich gemalt oh mein gott stronger tipp ich verschreib mich noch so dumm wär ich erster gewesen Das andere war Pikachu und keine Ahnung, Bruder, also wirklich. Pikachu geht. Pikachu geht echt. Ja, kann ich nicht, Digger. Kein Problem. Okay, ihr wollt mich verarschen einfach nur noch. Sascha gejoked. Ja, wirklich. Aber warum... Ach, das ist unfair, Digger. Oh, Mann. Bitch. Was ist? Let's go. Komm, ist gut, ist gut, komm. Nice, 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 nice. Oh, scheiße, Alter, aber noch vor Sascha wichtig. Oh, mein Gott. Vor Sascha? Noch vor Sascha wichtig. An dem messe ich alle intelligenten Menschen. Was ist ein Fehler? Oh, mein Gott. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Ja. Doch, ist klar. Ja, wie heißt denn das? Oh, wie heißt denn das Ding? Äh? Ja, Kuchengabel. Ich weiß nicht, wie es heißt. Spendi, du bist bei der Uhr? Spendi ist bei der Uhr. Tortenheber. Ich bin bei der Uhr, ja. Tortenheber. Oh, er ist egal, ist er, Digger? Sorry. Ich bin bei der Uhr. Tortenheber, so dumm, ey. Was ist das denn, Digger? Ach. Äh. Hey, Mann, Digger. Weil ich mich auf der Zippmann. Verdammte Scheiße, man muss es mit Strich machen. Ja, ich wusste es nicht. Oder mit Strich ist doch Schwanz, Junge. Oh, Scheiße. Ich bin dran. Wirklich, wirklich. Peace, Diers, Alter. Oh. Oh, mein Gott. Oh, Strick. Galgen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. War doch ähnlich aus, Digger. Ja. Galgen. Oh, ja. Oh, perfekt, perfekt. Was ist das denn, Schwendi? Du übertreibst wieder. Du übertreibst einfach. Ah, ja. Ich hab's. Ich hab's. Let's go. Klar, 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 klar. Ich hab's. Klar, weil wir schlau sind. Bei dem Vorhaben 2, bei der WZ10-Überfahrung. Ja, okay. True. Oh, gut gezeichnet, aber. Zegge? Sieht aus wie ein Irokeseschnitt oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Die Farbe hat mich verwirrt. Aber hier im Garten immer, Knozzi. Das ist echt süß. Oh, Igel. Ja, gut, alles klar. Noch vor, Sascha. Wichtig. Zehn Punkte. Wichtig, wichtig, Jens. Komm. Push, 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 Jens. Push. Komm, gönn mir jetzt mal. Marcel, mal schön. Schnell. Ich weiß nicht, wie das zeichnen soll, Digger. Äh. Oh nein. Was? Oh mein Gott, was? Okay, Sascha, Sascha. Was ist das? Sascha betrügt wirklich. Was ist das? Achtet auf die Farbe einfach. Ja, Mensch. Ja. Mir fällt das Wort da raus. Genau so sieht er aus. Der Tipp mit der Farbe hat gerettet, muss ich sagen. Farbe war gut. Lass mal diese Tipps geben. Lass mal sein, okay? Weil das ist echt unfair. Das ist so wie schreiben jetzt. Ich bin auf Yushis Antworten zu gespannt. Flamingos. Ja, Digga, ich hatte auch ein Wort Dienstag. Jetzt sag mir mal bitte, wie ich den Dienstag machen soll. Hä? Oha, den kenne ich. Oh nee. Wer ist das denn? Ich weiß ja. Ähm. Ja. Ja. Oh, das ist so ein schlimmes Wort. Aber gut gezeichnet dafür. Hä? Das ist echt gut gezeichnet. Okay, Alter. Wie heißt der denn? Ach. Boom. Krass. Ach, Digga. Ach, Mann. Ey, das ist perfekt geworden. Ach, Digga. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Wer kennt ihn? Wer hat so geschrieben, Digga? So? Nein. Ich habe Robim geschrieben, Digga. Oh nein, Digga. Oha. Robin Hood. Ja. Okay, das ist echt schwer. Hä? Was ist das? Das ist wirklich schwer, ja. Boah. Hä? Drei Buchstaben. Hä? Das gab es noch nie. Drei Buchstaben. WTF. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Ich denke, ich bin wegen. Und in den Rack geht. Okay, Alter. Okay. Ey, drei Buchstaben gab es noch nie. Das Logo konnte ich halt irgendwie nicht aus dem Kopf. Ja, ich wüsste es gar nicht, wie es geht. Ja, das ist... Mann mit Zylinder, glaube ich, oder? Mit dem Schriftzyk drunter. Jawohl! Ich habe Gicht in den Fingern. Nee, nee, nee. Ich habe nur vorgelesen, was er geschrieben hat. Ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Sorry, sorry. Okay, ich bin dran, Blatt. Komm, gönn. Gönn. Oh, nee, ich sehe wieder nichts. Ich sehe wieder nichts, ne? Weil ich nicht das Dark Mode drin habe. Was? Oh ja, falsche Farbe. Ich sehe auch nichts. Ich habe auch keinen Dark Mode. Seht ihr? Dankeschön. Jetzt sehen wir es. Fertig. Let's go. Wichtig. Hä? Komm jetzt, Jungs, was ist? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Poppel-Elf? Fallen! Ja, Alter, wer muss dich nicht? Wie soll ich das malen? Nee, kannst du das malen. Easy. Wie kann ich füllen? Wie kann ich was füllen? Mit dem Eimer. Aber du hast noch offen, also... Oh, shit. Wie kann ich das wieder... Ey, stellt euch nur das da drin, bitte, Blau, okay? Ja. Warte. Ich kann dir die Hände nochmal. Hä? Warum nimmt er das nicht an? Hä? Oh mein Gott. Jawohl. Der nimmt es nicht an. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Perfekt, Digga. Ah! Spendie, Alter. Ey, nehmt die Farben nicht an, Digga. Mach weiter. Mach weiter. Hä? Hä? Soll ich das malen? Ey, Jungs, ich hatte ganz eklige Wörter, wirklich. Das war das Einfachste. Ja, aber das ist doch eigentlich easy. Ein Fluss. Äh, ja, äh. Ach du Scheiße. Hä? Aber, äh, aber... Ich kann nichts machen. Ey, ich hatte danach... Aber Elster ist kein Fluss, Alter. Elster ist ein Vogel. Ey, warte mal. Warte mal. Elster. Elster ist ein Vogel, Alter. Du meinst die Elbe. Ich mein's nicht... Oh mein Gott. Er hat an Alster gedacht. An Alster auch noch in Hamburg. An Alster hab ich gedacht. Alster, ja. Nicht... Oh Gott, Digga. Das kannst du niemandem erzählen. Ja, Digga, komm. Digga, ich bin aber auch ein Stück Scheiße, Digga. Okay, ist es schwer oder was? Das sieht schwer aus. Nee, einfach... Ey, Bruder, ich will jetzt nichts sagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, er sagt nichts. Ich male einfach mein Bild und gut ist. Klar. Ey, Sascha, du kotzt mich an. Wirklich mit deinem verdammten Intelligenzquotienten. Landstraße. Hä? Das war ein Zingmal. Ja, okay. Ja, ja, okay. Wenn man weiß, ist es einfach... Ey, Spendi, hast du gehört? Er hat es gegen den Fluss Elster und Brandenburg. Den meinst du wahrscheinlich, oder? Nein, er meint die Alster in Hamburg. Alster, Hamburg. Zuhören, Hochhäuser gemacht, oder? Landschaft. Wer hat sich gerade entgenannt. Ja, Landschaft, das kann man wissen. Weiter. Sascha regt mich nur noch auf, Alter. Oh mein Gott, was sind denn das für Wörter, Alter? Die Wörter sind echt jarrig. Ja, das ist schluss, Alter. Man hofft immer ein einfaches dabei. Oha, oha, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, gut gemalt. Ich hab halt noch... Oh Mann. Ich mach zuerst Stacheldrahtzaun, falsch. Maschendraht. Ja, ich hab auch Stacheldrahtzaun. Ja, ich hab auch Stacheldrahtzaun. Aber das hat er gut gezeichnet. Das war auch mal ganz... Ja, ich hätt das niemals so hingekriegt. Okay, Dutschi, komm. KFC. Ja, hör auf, ey. Let's go. Achso, ja klar, klar. Na klar. Solarium, weißt du? Wegen Braunen. Das ist so spendiert, Alter. Solarium, Alter, hab ich gekriegt. Ich soll denn. Ja, warum nicht? Du hättest aber auch anders rangehen müssen, King, Dutschi, ne? Meinst du? Oh Mann! Aber weißt du, wenn da noch eine Straße wäre oder so? Ja, ja, wenn es dunkel wäre, glaub mir. Laterne. Hat so keiner geschrieben, Digga. Hat er nicht mehr genommen. Oder Laterne in der Hand kenne ich so, weißt du? Ja, stimmt, das ist auch. Oh nein, vergiss, ist es was, ist es was, ist es was. Okay, wer das hat, ist King wahrscheinlich. Sascha, du ist schwer? Ja, übelst schwer. Ehrlich? Sieht einfach aus. Nee, nee, glaub mir schwer. Basketball. Oha. Oha, Sascha. Oha, Sascha. Der ist aber traurig, Bruder. Junge, was? Oha, Sascha. Oha, Sascha, wie heißt das? Oha, 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 oha. Was zur Hölle? Junge, was? Oha, schlechte Laune. Schlechte Laune, traurig, traurig. Oha, Sascha, oha. Ey! Das gibt's nicht. Ich hab's. Was? Oha, Sascha, ist das so traurig. Ja. Guck doch einfach nur auf die Pfeile in seinem Kopf. Oha, nee, 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 keine Chance, keine Chance. Schmerz? Sascha, und da malst du so viel? Sascha? Da malst du ein Traktor? Bro, er macht ne halbe Geschichte. Also wirklich. Er muss gegen den Stein fahren, damit er seinen Arm bricht und dann Schmerz empfindet. Ja. Obertreib ist für Alge. Alge. Bis zum nächsten Mal.